Oh, das erste Gift-Pokémon! Das erste Gift-Pokémon der gesamten Arena! Sandsana... Hä? töcken? Yep. Boden-Pokémon haben sie hier drin auch. Reicht dafür ein Rankenheep oder... Ich geh mal lieber auf Nummer sicher. Nehmen wir den Gigasauger. Der sollte nämlich auf jeden Fall ausreichen, um den Sandama zu one-hitten. Dann kommt Arbok. Aber ich habe ein viel cooleres Sandama als der. Und jetzt hat er mich paralysiert. Und jetzt will er mich paraflinschen, oder was? Ich finde es faszinierend, wie diese Para jedes Mal funktioniert. Ohne Mist jetzt. Ich meine, das ist eine 25%ige Chance, dass die greift. Die kommt bei mir immer direkt zweimal hintereinander, nachdem ich sie kriege. Ein paar Reile haben wir doch oben irgendwo im Beutel, ne? Zwei Stück haben wir noch. Sollte demnächst mal wieder ein bisschen was einkaufen. Wie viel Geld habe ich denn gerade? 77,9. Okay. Das ist schon Löhr Reinhardt. Und der hat schon wieder Psycho-Pokémon. Also darf ich mal zusammenfassen? Wir haben in dieser Arena bisher ungefähr acht Psycho-Pokémon und zwei Gift-Pokémon gesehen. Und dann noch ein Boden-Pokémon. Nennt sich aber trotzdem die Gift-Arena. Okay. Okay. Hypno. Ach komm, ich lasse Skadi einfach drin. Hier, sei einfach mal verwirrt und hau dich selber. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht können wir ihn ja paralysieren. Er hat sich zumindest einmal selbst gehauen. Geben wir hin etwas. So, dann ist der Reinhardt auch weg. So, einen haben wir noch. So, jetzt gibt es ein Sandarma-Versus-Sandarma-Battle. Hm. Fangen wir einfach mal hier mit an. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er keinen Schaufel und kein Erdbeben kann. Okay. So, jetzt machen wir sie jetzt. Arbok den brennen wir einfach weg er hat mich nicht vergiftet so jetzt haben wir glaube ich alle trainer in der arena besiegt dann gehen wir noch mal heilen und dann und dann verprügeln wir Koga der hat eh nicht unbedingt so die besten Pokémon ich weiß zwar jetzt auch nicht mehr auswendig was er alles hat aber einen Haufen Smogon einen Smogmog hat er glaube ich auch das einzige was bei dem wirklich gefährlich ist dass die alle ein hohes Level haben hat er nicht noch so eine Mod? ich weiß nicht wer die jetzt in dieser Edition hat aber entweder er oder Sabrina einer von den beiden hat immer einen O-Mod wenn es der eine nicht hat hat es der andere so erst einmal die Frage mit wem leiden wir denn eigentlich ich meine dass der mit dem Smogon anfängt kann schon kann die am besten weg brennen so nächste arena leiter so dann machen wir doch hier gleich mal einen Flammenwurf Level 37 ist das Teil schon da sieht man mal wieder wo Flamaras starke Punkte liegen ja ein Slime ein Slime Level 39 das Ding kriege ich nicht mehr mit nem Schaufler gewonnen hättet oh ne jetzt kommt er da mit an lässt du das wohl bleiben ok genauigkeit ist jetzt bei 5 Drittel 5 Drittel also das heißt ich habe noch eine 60 prozentige Chance zu treffen ab jetzt und ich muss ihn mal fast nochmal mit dem Schaufler angreifen weil alles andere killt ihn jetzt nicht von dem was ich hier habe 60 Prozent Chance zu richten dass ich treffe mal schauen natürlich geht er daneben jetzt ich muss nur noch einmal treffen dann passt es und es ist 60 zu 40 dass es funktioniert boah irgendwo war mir das jetzt auch klar dass das noch passieren wird irgendwo war mir das jetzt auch klar dass das noch passieren wird ich hätte schon ne Top Genesung da und ich glaube die benutzen wir jetzt einfach auch mal einfach hoffen dass er mich jetzt nicht gleich wieder vergiftet irgendwann müssen wir schon treffen es ist wie gesagt die 60 prozentige Chance dass wir treffen und hm noch dreimal hintereinander daneben wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit davon jetzt schon dass das passiert das waren 40 Prozent mal 40 Prozent mal 40 Prozent ja das ist schon der vierte hintereinander das ist schon der vierte hintereinander ich habe leider keine Top Genesung mehr die KP muss ich eher heilen als das Gift aktuell weil wenn der mich kritet dann schaut es schon wieder böser aus der will mich verarschen der Hex gott schlechthin Kuga ich hasse dich weißt du was ich schmeiß jetzt hier Sorti rein und dann macht der das fertig den kann er nämlich wenigstens nicht vergiften ja hey der trifft ja macht mir leider nicht genug Schaden und wehe der hat jetzt irgendwie sowas wie ein Hypertrank oder sowas in der Richtung na natürlich hat er das das wird jetzt dauern hey hey Sorti trifft wenigstens ok jetzt ist es 50 50 dass wir treffen oder nicht oh ne jetzt hören wir damit auf also das Ding das Leimog hat nervig hoch 10 auf seiner Stirn geschrieben Säurepanzer jetzt auch noch Plötzlich wünscht man sich dass das die Attacke Sklärsmog schon gibt und dann kommt er auch noch durch die Verwirrung durch Es ist jetzt nur noch gefehlt dass er jetzt noch einen Volltreffer macht Kärsmog ja setzt alle Status Veränderungen zurück das Problem ist ja dass Schlambart noch hier noch eine physische Attacke ist das heißt Konchan und Skye die kriegen davon beide relativ viel Schaden ich brauche allerdings einen von den beiden weil ich muss den jetzt speziell hauen na gut komm schon hau dich selber danke jetzt einfach bloß hoffen dass ich treffe auch wenn Slimeoog noch so eine gute Sp... oh das bringt mich viel weiter sehr viel so so die Verbrennung killt ihn jetzt so ja 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 so ja jetzt müsst ihr noch einen Smog-Mog danach haben oh ey dieses Slime-Mog nerviger geht es ja echt nicht vor allem dass viermal hintereinander der Schaufler daneben geht ja so Smog-Mog das Ding ist glaube ich jetzt sogar über Level 40 wenn ich mich nicht täusche ja genau so habe ich das Ding in Erinnerung Level 43 und jetzt fängt der auch noch an oh gut bei Genauigkeit da kann ich wenigstens auswechseln ja ja das ist ja dann auch kontrolliert hm jetzt ist die Frage Erste Frage, hat er noch einen zweiten Hypertrank? Zweite Frage, treffe ich. Natürlich hat er noch einen zweiten Hypertrank. Aber wenigstens trifft Konchan. Jetzt muss ich aber raus hier. Das tut jetzt ein bisschen weh. Das wird ihn jetzt auch nicht ganz töten. Aber gut, er macht wenigstens keinen Volltreffer. Der war nötig. Ja, aber sowas von. So. Dann haben wir den auch besiegt. War nerviger als gedacht, aber wenigstens ohne Verluste. Ah, ich hab vor, dass er seinen Oma auch nicht hat. Das wäre kein Problem gewesen. Das hätte ich ihm weggebrannt. So, da kriegen wir Toxin. Überlebst du das bis zum Pokémon Center? 34 mal 4 Schritte haben wir. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. 24, 24, 23, 23, 23, 22, 21, 21 reicht locker. Was sind das für Experimente mit mir? Ja, das Pokémon Center war nah genug, dass du das mit 34 KP überlebst mit dem Gift. So, dann geht's jetzt nach Saffronia City. Das heißt, ich müsste erstmal wieder was zum Fliegen mitnehmen. Wäre vielleicht eine Idee. Aber wir machen vorher einen kleinen Zwischenstopp in Prismania City. Es wird Zeit, dass Konchan seinen Spukball kriegt. Das Ganze ist zwar ziemlich teuer, aber für eine TM ist es mir das immer wert. Spukball war, glaube ich, die einzige von denen, die hier nur 3,5 gekostet haben, die anderen 4. Ah, ne, Moment, das war Eisenschweif, okay. Ähm, ah, ne, die kostet sogar 4,5. Oha. Teurer als angenommen. Okay, da muss ich da doch noch ein bisschen weiter drauf sparen. Weißt du, ich hab, dann brauchte ich jetzt nochmal 6.000. Gut, dann machen wir erst Silfko. Ähm, ja, Moment. Wieso ist Spukball teurer als Eisstrahl und, äh, Flammenwurf und Donnerblitz? Wäre eigentlich mal interessant zu wissen, warum das so ist. Das ist, äh, Flammenwurf und Donnerblitz? Untertitelung des ZDF, 2020